Der Hund starrte jeden Tag in ein Gulli-Lauch und überraschte die Menschen, wenn es geöffnet wurde. Als jemand eines Tages mit seinem Hund spazieren ging, entdeckte er einen deutschen Schäferhund, der in den Gulli schaute. Obwohl es seltsam war, dachte er zunächst nicht viel darüber nach, er fand es nur seltsam, dass der Hund allein war. Am nächsten Tag wiederholte sich die gleiche Szene, was den Besitzer noch misstrauischer machte. Er begann Geräusche aus dem Schacht zu hören und rief sofort den Rettungsdienst mit der Bitte, den Abfluss zu öffnen. Schnell traf ein Feuerwehrauto mit den notwendigen Werkzeugen zum Öffnen des Schachts am Unfallort ein. Die Geräusche wurden immer lauter und weckten die Neugier, was dort gefangen sein könnte. Es geschah jedoch etwas Unerwartetes. Bei der Ankunft teilten die Beamten dem Besitzer mit, dass er sie zu einem Verhör begleiten müsse. Für ihn war es überraschend, da er wie ein Verdächtiger behandelt wurde. Als er in einem Polizeiwagen zur Polizeiwache gebracht wurde, wurde ihm klar, dass er nicht zum Tatort gebracht wurde. Die Beamten teilten ihm mit, dass sie ihn zu dem, was sie gefunden hatten, befragen müssten, da sie auf Kameras gesehen hätten, dass er in den letzten Tagen in der Nähe des Mannlochs mit dem deutschen Schäferhund interagiert habe. Es war eine verwirrende Situation und ihm war schwindelig. Auf der Polizeiwache wurde er in einen Verhörraum gebracht, wo die Beamten begannen, ihm Fragen zu stellen. Sie glaubten, der deutsche Schäferhund gehöre ihm, aber er erklärte, dass der Hund ihn nur begleite und nicht ihm gehöre. Der Hund und der deutsche Schäferhund wurden derweil in einem anderen Raum untergebracht. Die Beamten hatten die Überwachungskameras überprüft und gesehen, wie der Hundebesitzer in der Nähe des Mannlochs mit dem deutschen Schäferhund interagierte. Sie teilten jedoch nicht mit, was sie im Mannloch fanden. Als sich der Besitzer danach erkundigte, waren die Beamten fassungslos. Sie baten ihn zu erklären, woher er wusste, was sich dort unten befand. Er erwähnte die seltsamen Geräusche und das Rufen des Rettungsdienstes. Die Beamten fragten nach weiteren Informationen und er beschrieb die Geräusche als leises, aber anhaltendes Klopfen und gelegentliches Schreien. Auch der Hund sei in der Nähe des Einstiegslochs stehen geblieben, was den Verdacht noch verstärkte. Während sie die Situation besprachen, waren die Zuschauer von der Bewegung auf dem Polizeirevier fasziniert. Um den Schacht wurde ein weißes Zelt aufgebaut. Der Besitzer des Hundes wurde als Verdächtiger behandelt und aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie sich eine verwirrende Szene abspielte. Ihm wurde mitgeteilt, dass er der Polizei gehorchen und mit dem Verhör fortfahren müsse, während der deutsche Schäferhund ebenfalls zur Polizeistation gebracht wurde. Die Situation schien zunehmend komplizierter und er war entschlossen, seinen Namen reinzuwaschen. Im Verhörraum befragten die Beamten den Hundebesitzer zu seiner Beziehung zum deutschen Schäferhund und warum er sich in der Nähe des Gullis aufhielt. Der Besitzer erklärte noch einmal, dass der deutsche Schäferhund nicht ihm gehörte und dass er ihn nur dort gefunden hatte, als er mit seinem eigenen Hund spazieren ging. Er betonte, dass er neugierig auf das Verhalten des deutschen Schäferhundes sei, der jeden Tag in den Gulli zu starren schien. Die Polizisten sahen skeptisch aus, beschlossen aber, mitzuteilen, was sie im Mannloch fanden. Sie zeigten Fotos einer grausamen Szene, eine Gruppe Welpen, die in einem kleinen unterirdischen Raum gefangen waren. Die Welpen waren schmutzig, verängstigt und offensichtlich in Not. Der Anblick begeisterte den Besitzer des Hundes, der sofort erkannte, dass der deutsche Schäferhund versuchte, Aufmerksamkeit für die Welpen zu erregen. Da der Besitzer nun die Situation verstanden hatte, erläuterte er noch einmal seine Version der Ereignisse. Er erzählte, wie seltsam und entschlossen der deutsche Schäferhund sich zu verhalten schien, was ihn dazu veranlasste, den Mannloch zu untersuchen. Die Geräusche, die er hörte, waren wahrscheinlich die weinenden und sich bewegenden Welpen. Die Beamten begannen, ihren Verdacht zu überdenken und berücksichtigten dabei die Erklärung des Besitzers und die Situation der Welpen. Sie erkannten, dass der Besitzer des Hundes nicht in den Vorfall verwickelt war, sondern vielmehr Zeuge des selbstlosen Verhaltens des deutschen Schäferhundes war und ergriffen die Initiative, um die notwendige Hilfe anzurufen. Die Polizeibeamten beschlossen, zu dem Ort zu gehen, an dem die Welpen gefangen waren, und sie zu retten. Zusammen mit dem Besitzer des Hundes organisierten sie eine Rettungsaktion. Ein Team aus Feuerwehrleuten und Tierspezialisten wurde gerufen, um beim sicheren Öffnen des Mannlochs und der Rettung der Jungen zu helfen. Nach einiger Zeit harter Arbeit wurden die Jungen endlich freigelassen. Sie wurden in ein nahegelegenes Tierheim gebracht, wo sie angemessen versorgt und auf eine Adoption vorbereitet wurden. Sowohl der Besitzer des Hundes als auch der Schäferhund, der die Welpen beschützte, wurden für ihre Aufmerksamkeit und ihr schnelles Handeln gelobt. Die Geschichte vom Hund, der in den Schacht starrte, verbreitete sich schnell in der örtlichen Gemeinde. Die Menschen waren vom Beschützerinstinkt des deutschen Schäferhundes und dem Engagement des Hundebesitzers für die Rettung der Welpen inspiriert. Beide Hunde wurden zu lokalen Helden und ihre Geschichten erinnerten an die starke Bindung zwischen Mensch und Tier. Der Besitzer des Hundes war erleichtert, seine Unschuld bewiesen zu haben und freute sich, zur Rettung der Welpen beigetragen zu haben. Er beschloss, das Tierheim regelmäßig zu besuchen, um die Fortschritte der Welpen zu verfolgen und überlegte sogar, einen von ihnen zu adoptieren. Die Geschichte der Rettung der Welpen und das Engagement des Hundebesitzers und des deutschen Schäferhundes inspirierten die örtliche Gemeinde weiterhin. Die Nachrichten verbreiteten sich über soziale Netzwerke und Medien und erlangten dadurch noch mehr Sichtbarkeit. Die Menschen drückten ihre Bewunderung für den Altruismus der Hunde und das Engagement des Besitzers bei der Sicherung der Rettung aus. Auch das Tierheim, in das die Welpen gebracht wurden, erhielt erhebliche Unterstützung von der Gemeinde. Menschen, die an der Adoption der Welpen interessiert waren, überschwemmten das Tierheim mit Anrufen und Besuchen. Die Mitarbeiter des Tierheims arbeiteten fleißig daran, potenzielle Adoptanten zu prüfen und sicherzustellen, dass die Welpen in liebevollen, verantwortungsvollen Zuhause untergebracht wurden. Die Welpen wurden von Tierärzten sorgfältig untersucht, mit den notwendigen Impfungen versorgt und sozialiert, um sie auf ein Familienleben vorzubereiten. Es wurden Adoptionsveranstaltungen organisiert, bei denen die Menschen die Welpen persönlich kennenlernen und entscheiden konnten, ob sie sie mit nach Hause nehmen wollten. Bald fanden alle Welpen liebevolle Pflegefamilien, in denen sie glücklich und gesund aufwachsen konnten. Die Geschichte des Hundes und des deutschen Schäferhundes ermutigte auch andere, verdächtiges Verhalten zu melden und Maßnahmen zu ergreifen, um Tiere in gefährlichen Situationen zu schützen. Die Gemeinschaft ist bei der Verteidigung der Tierrechte, der Förderung von Sensibilisierungskampagnen und der Spendensammlung zur Unterstützung von Tierheimen und Rettungsorganisationen stärker geeint. Der Besitzer des Hundes, heute als Lokalmatador bekannt, beschloss, sich aktiver für den Schutz der Tiere zu engagieren. Er schloss sich einer Gruppe von Freiwilligen in einem Tierheim an und begann, seine Geschichte bei Vorträgen und Veranstaltungen zu erzählen und andere dazu zu inspirieren, sich um Tiere zu kümmern und Situationen der Vernachlässigung oder Misshandlung zu melden. Auch der deutsche Schäferhund, der zunächst die Neugier des Hundebesitzers geweckt hatte, hat ein neues Zuhause gefunden. Nachdem er einige Zeit im Tierheim verbracht hatte, wurde der Hund von einer Familie adoptiert, die seinen beschützenden Charakter und die Liebe, die er den geretteten Welpen entgegenbrachte, erkannte. Jetzt genießt der deutsche Schäferhund ein Leben voller Zuneigung, Aufmerksamkeit und Dankbarkeit für seinen Mut. Die Geschichte vom Hund und dem deutschen Schäferhund berührte noch lange die Herzen der Menschen. Die Gemeinde lernte, wie wichtig es ist, auf Tiersignale zu achten und schnell zu handeln, um Menschen in Not zu helfen. Diese inspirierende Geschichte ist zu einem eindrucksvollen Beispiel dafür geworden, wie Empathie und Mitgefühl das Leben von Tieren und Gemeinschaften insgesamt verändern können. Also Familie, hat euch diese Geschichte gefallen? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und liken Sie hier in diesem Video. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden und die Benachrichtigungsglocke für weitere zukünftige Geschichten zu aktivieren. Zum nächsten zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020